Also, ich bin jetzt hier seit... Wie die Zeit keine Zeit mehr ist? Seit sie hier jetzt keine Zeit mehr ist? Ich habe die Woche als Woche nicht mehr gezählt, sondern versucht die Tage zu zählen, wobei die Tage ja nicht mehr vergehen. Wie soll man zählen, was nicht vergeht? Wie soll man zählen? Wie soll man zählen? Wie soll man zählen? Wie soll man zählen, was nicht vergeht? Wie soll man zählen? gewesen. Immer ist heute und bleibt heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020